Na, kennt ihr den Platz? Hier sitzen normalerweise die guten Seelen vom Telefon und vom Kölner Empfang. Die meisten Mitglieder kennen lediglich die Telefonstimme der beiden. Heute wollen wir das mit Band Backstage ändern. Und wir haben uns einfach mal selbst in das Reich der beiden eingeladen. Das ist Laura. Laura ist seit April bei Eko. In ihrer Freizeit sammelt sie mit großer Leidenschaft Pferdeposter. Nein, Spaß beiseite. Am liebsten verbringt sie Zeit mit Mann und Hund in der Natur, treibt ihrer Meinung nach zu wenig Sport und seit neuestem versucht sie sich im Handlettering. Und wenn ich euch was verraten darf, sie macht die schönsten Geburtstagsgarten hier beim Eko. Und das, das ist Ivy. Nein, nicht Evie. Ivy. Sie ist die Kollegin von Laura und ihre große Leidenschaft ist das Singen. Und als Natur- und Tierliebhaberin ist sie auch gern in der Eifel unterwegs und fährt viel Fahrrad. Neben den klassischen Sekretariatsaufgaben, die die beiden erledigen, sind sie für den freundlichen Empfang und die Bewirtung der Kunden und Gäste zuständig, organisieren Meetings und sorgen dafür, dass es in den Räumlichkeiten bei Eko ordentlich aussieht. Sie assistieren der Geschäftsleitung und buchen und organisieren Reisen, Verpflegungen und Unterkünfte für alle Kollegen und Mitarbeiter. Auch wirken sie bei der Organisation von Eko-Events mit, pflegen Kundendatenbanken und erledigen sämtliche Bestellungen, die für das Eko-Büro relevant sind. Herzlich Willkommen beim Eko-Verband. Im Headquarter in Köln. Was können wir für Sie tun? Das waren die beiden guten Seelen im Team des Eko-Headquarters in Köln. Ach ja, Ben. Bei allen weiteren Fragen einfach anrufen. Oder einfach so wie sonst an benbackstage-at-eko.de Musik Untertitelung des ZDF, 2020